herzlich willkommen zu einer folge bis einer weint mit jack fleischhammer und batman der da eigentlich spielt immer das mangel ich an du prangst du immer an aber bei dir spielt auch in wirklichkeit einer letzten beiden runden hat definitiv ein spiel da sagt man dann so wenn man verliert da hat man immer angst du ich starte einfach mal letzte runde habe ich du kannst schon mal wieder neues lied für mich schreiben wieso schreiben verteilt mir ausgedacht in diesem moment moment wie heißt es so schön ich weiß nicht okay das war knapp okay diesmal verrate ich dir meine taktik nicht ich hab oh mist das schlimmste ist jetzt gerade ich hab nicht geguckt wo du noch sein könntest ist das ein mehrspieler map kann können hier mehrere spiel ich glaube das ist nur eine zweispiele map okay anstatt zwei als ich das ausgewählt habe da ganz vorne also zwei versus zwei oder nee 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 zwei spieler insgesamt okay wie viel kostet denn das hier okay okay spielen wir genauso genauso spielen wir spielen erst mal standard anfangen ja das habe ich auch mir so so wir müssen ganz dringend mal supreme commander gegeneinander spielen wirklich aber das ja okay muss man nennen aber muss 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 man mir dann auch beibringen in dem moment ja ach das ist ungefähr so wie hier ich habe es mal eine weile gespielt aber eigentlich kann ich es gar nicht okay aber eigentlich kann ich es gar nicht so was passiert bei dir ich baue jetzt meine ersten einheiten das sind glaube ich schon 25 25 ja ich bin erst bei 15 ich mache heute in auf ruhig quasi kann ich erst mal entspannt das hat ja am anfang der letzten folge auch sehr gut funktioniert nee da habe ich eh noch schnell gemacht ach so ja ja genau ok wie kostet das hier 75 na weißt du jetzt was ich baue 75 ja so ein vispin gas ding nee was hast du nun mein freund was hast du nun oh nein so sieht es aus so sieht es aus ok aber ich habe ich muss ich muss hier wirtschaften das ist jetzt das wichtigste quasi dass ich das richtig hinkriege ich finde ja diese diese sachen auf dem weg die man erst mal so abbauen muss das nicht total nervig verstehe ich nicht schwierig welche sachen auf dem weg meinst du ja es gibt doch so sachen die muss man auf dem weg erstmal wegräumen ach so ja das stimmt weil ich würde immer wegschießen mit irgendwelchen größerartigen geräten ja die muss man halt erstmal haben ne ach so ja hast du noch gar nicht okay ihr seht schon hier der 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 bei mir guckt oder die die der der die sieht hier ist einiges los da wuseln sie hin und her sagte da wird richtig gewuselt das war vielleicht nicht der cleverste weil ich je gemacht habe aber das ist doch erstmal ja so fischi was passiert bei dir wieso nennst du mich fischi alter fisch copy fischi copy ok naja passiert jetzt noch nicht so viel aber du hast hier schon wieder diese warp geschichten direkt direkt und weiter bauen rein ins getümmel da kaputt nein nein von den wieder drei die hättig muss die hinter dem dies bauen was sind oder ein hadich ja schon ja ja fisch auto kaputt hat auch bitte hat habt doch scheiße ist das scheiße jetzt schon wieder hier direkt den höcker auch fast mit dem mist ist das scheiße schießt sie er schießt sie doch erschießen los feuer alter alter grüße um mann wie kann wie kann sowas passieren das fragen mich ganz einfach und zwar man muss richtig spielen und dann klappt auch mal den nachbarn hier so haben wir hier bodenwaffen gib mir doch so ein noch ein nein nein was bauen könnte eine kurze folge werden und ich habe auch schon eine idee wer vielleicht weinen könnte warum hast du da eigentlich so einen größeren abbauer wie das eigentlich das ist so ein extra gerät ja gar nicht der muss so nicht so also spielen wir noch weiter ja also aktuell schon jetzt versuche ich noch eigentlich auch wie jetzt verstehe ich die richtung das war ich habe hier so war kanonen tatsächlich die quasi auch nehme ich mal an so eine art turm sind ja und da kann ich so schießen mit okay also da nicht irgendwie leute von eben teil der map zum anderen teils macht das wort kanonen sind ja was anderes ach so ja klar foton fotonen kanone sowas hier okay sowas verwendet mich hat er wendet mich ok ok war wenn du das sagst so schön ist auch ein bisschen schwierig mit der konnte also man muss ja auch sich konzentrieren trotzdem noch weine nicht ich weine nicht ich bin kleiner jack fashama es ist ein bisschen spannend weil ich meine wer weiß wer weiß was wer weiß was der sich jetzt hier noch überlegt hat wir sind eins mit den schatten wo bist du denn ich bin äh unten rechts äh quatsch unten links scheiße scheiße du bist oben links ne ne ja unten links ja hallo da kommt er mit seinen scheinen spenden hallo hallo ja wie geht und wieder acht minuten hallo da hat er aufgegeben es ist es ist man muss du warte mal wie steht es jetzt vier zu zwei oder ja noch steht es vier zu zwei hast du nein ich habe nichts zu sagen aber ist jetzt die frage ja wir machen noch mal eine große folge ne äh ne die wird ja natürlich aber die wird nicht äh ne mach dir keine sorgen ich warte auf dich äh wie denn so ah jetzt geht's schon los geht's los beitrete lobby beitrete so komm neun minuten neun sekunden mutig schnell den schnell den ich würd aber auch sagen, dass si super knappe geschichte weil wenn ich zum beispiel die nicht durch gebrochen wäre hättest du deine komischen buggys da gehabt und dann hättest du hier ordentlich tra ha 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 gemacht da hab ja mal richtig feuer unter am Arsch gemacht ja die bestehe auch nicht ja warum was ist was ist denn meine frage ist warum kommst du dadurch halt weil die sind aber stark die deine können ja boden und lufteinheiten angreifen meine nur bodeneinheiten angreifen dafür sind sie aber ein bisschen stärker ja ich muss natürlich hinterm brauche muss hinter der hütte bleiben ja ja aber die hütte erstmal kaputt gekriegt habe ja dann brauchst du auch nicht hinter der hütte bleiben weil die ist ja gar nicht mehr da brauchst du jetzt auch dann ja nicht mehr probieren so total richtig mut macht es richtig wie kann denn sowas passieren es ist ganz einfach ich will überhaupt nicht wissen meine weisheiten hier ja das ist einfach stecken so jetzt noch ein bisschen sparen auf die nächste hier wird nicht gespart direkt sagt geht richtig schnell hier und ich bin mir nicht ganz sicher wie du denn erst mal ja ich probiere mal das aber jetzt ganz ehrlich völlig angestrengt jetzt haben wir ja nun nicht so viel gespielt und wenn man bei mir guckt ich mache einfach nur ganz basische sachen aber die mache ich halt so dass ich denke dass es so in der zeit und schneller und ja okay wenn du meinst total genau das was ich gerade gesagt habe immer zwei mal mehr als du und endlich mal mehr als ein plus eins was ja auch in die bullshit ist ja hier hier stellt euch hin stellt euch dahin und er kann dann wieder raus dann machen wir hier links rechts 22 im sinn und direkt auf das nächste bald ihn ist ja fertig und dann brauchen wir noch in der stellt sich aber hierhin was machst du da dahin was denn was was denn ich weiß nicht wovon du sprichst was war ich denn was war ich das war ich du brauchst doch schon wieder baggies mit denen du mich einladen willst zu einer runde auf dem strand richtig das ist korrekt gut dann machen wir das so okay dann spielen wir das spiel so ihr problem könnten wir direkt ich habe hier einen plan wirklich machen dass nämlich wir machen das jetzt ganz anders erklärt mir sollte ich das schon bauen nein nein ich weiß nicht vielleicht solltest du nämlich diesmal spart mir ihn zurecht besser bis richtig viel meine reihen da sind und dann bau ich alles auf jeden mal das fand ich gut so was kostet das hier das ist total egal aber eigentlich das hier und das ist mir nicht schnell genug hier gerade was ist denn ahja ok wie weit geht es hier 20 zu 18 schneller yes ok ok so was sehr gut was für eine effizienz was für eine unglaubliche effizienz hör auf mir ein voll zu labern es ist unglaublich guck mir das gleich an ich hoffe hehehehe ehrlich ich habe schon die idee für die nächste runde jetzt leider zu spät ja so sieht es aus was mach ich denn damit ach guck mal wie er vor der tür steht was willst du denn welche tür denn was willst du hier bei mir oh krass ok schneller 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 ne ne das wird nicht ach shit das kannst du abessen die schicht ooooooo komm kappa hast du wirklich gedacht ja ich dachte ich dachte ich mach das mal jetzt hier hopp alter er hat die buggys er hat die buggys nicht cool überhaupt nicht cool er hat die buggys er hat die buggys jawoll oh ich brauche ich brauche wo ist es denn ich müsste angreifen muss angreifen muss angreifen muss angreifen greif an greif an ich trau mich nicht trau mich ja völlig greif an eigentlich müsstest du das tun ne ja das Schlimme ist ich weiß nicht ich weiß dass ich angreifen muss ach da ist das Ding sowas und sowas du müsstest eigentlich angreifen ne ja ok ach jetzt verstehe ich was denn das jetzt weil das jetzt erst fertig geworden ist ok ach schwierig 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 scheiße ach shit ok das habe ich nicht gedacht ok die Effizienz geht mir grad ein bisschen flöten jetzt hier ach siehst du deine hast du eine Effizienzbalken oder wie ne aber ich merke das ja ich sehe ja die Zahlen vor mir ich sehe sie ja achso du ahaha du siehst die Zahlen vor dir verstehe ich das richtig grad ich sehe was ich tue vor mir das muss schneller gehen hier ja das war das war wofür ist das eigentlich ach so damit brauchen wir Flugzeuge oh nein jetzt hat er meine Taktik rausgefunden komm 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 nein okay komm du musst angreifen ahda da macht er das wirklich nein eure Sonden werden angegriffen wie ihr Verlack Los geht's. Nein, lauf, 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 lauf. BÄM! BÄM! Okay, bleibt stehen, Jungs, bleibt stehen. Hilfe ist unterwegs. Hilfe? Oh nein, warum denn? Ihr müsst stehen bleiben, ihr müsst einfach die Stellung halten, Jungs, einfach die Stellung halten. Nichts kann euch passieren. Fahrt zurück, schießen, zurückfahren, schießen. zurückfahren wegfahren auf jeden fall rückzug 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 stehen bleiben rückzug rückzug ok jetzt kommen wir hier an du brauchst jetzt mal bitte das hier und wieso bauen hier nicht leute sachen ich habe ihn auch wie bei mir wieso passiert hier gar nichts wieso wird hier eine schmerz war scheiße alter nein nein oh nein 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 nach ihm war kleiner 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 wie schnell und wendig du bist meine fresse das spannend ist ja endlich sowas nicht genügend mineralien das geht mir auf den sack du sagst es und bei mir passiert so so neue idee nein nein hau ab da ach scheiße okay jetzt hauen wir es hauen wir bitte oh ist das aufregend nein nein attacke von hinten was für die denn ey oh mist bleib hier ok hier hin hier hin ok das muss schneller gehen hier das muss schneller gehen leute ich habe keine mineralien wieso halt nicht so viele mineralien das ist total nicht nicht cool nein ich habe keine mineralien finde ich gut hier bau das wie noch sowas gehen wir dahin die musik ist so schön entspannend diese habe ich dann schon wieder okay ach so weil die ist überhaupt nicht entspannt kann ja nicht entspannt sein kann ja nicht entspannt alles hau ab was mein 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 dein was nichts 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 ihr müsst mit angreifen immer mit angreifen ich baue hier ganz falsch ich wollte doch eigentlich was anderes machen ok ist nicht so schlimm so was haben wir noch einen frei ok und dann baust du gleich oh nicht genug kohle das hätte ich schon wieder gehört ok wieso dauert das hier so unglaublich ach so was denn weil das gar nicht weil das gar nicht gerade los geht hier hm nicht gucken wieso immer guckst du immer ist er nur am gucken hier nein was ist da denn das ist jetzt nicht dein ernst das ist absolut mein ernst es muss sein es muss sein es geht nicht anders oder was oder was hast du die dahin gebracht ja die hat ich dahin gebracht Das ist nicht wahr, ne? Das ist überhaupt nicht... Entschuldigung. Das war nicht meine Absicht. Das war nicht meine Absicht. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Wieso baut man hier nicht so ein Ding? Mehr Kohle. Mehr Kohle, Leute. Ach, deswegen. Oh, Schwein gehabt. Schwein gehabt. Ah! Das ist die vollste Unterhaltungskanone hier. Ja, das geht richtig ab. Da werden wir unglaublich viel erzählen, erklären. Sowas. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, hier auch noch. Ey, das kann doch nicht sein, dass es so wenig Kohle auf der Welt gibt. Haben wir hier ein bisschen nachlegen können? Ja, ein bisschen. Einer von euch kann auch hier wieder da weitermachen. Was ist dein aktueller Plan? Mein aktueller Plan hat was mit vielen Bodeneinheiten zu tun. Oh, er geht auf Luft, Alter. Ich hasse es. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Möglichst wenig Luft-Einheiten. Scheiße. Geil. Nein. Was ist denn los mit dir? Meine Luft-Einheiten. Oh, was ist jetzt hier? Was kostet das hier? Oh Gott. Was? Nein! Nein! Ja, Luft geht gerade. Wir sind eins mit dir. Du kleiner Penner. Angriff! Nein! Oh Gott. Wieso ist denn das Ding explodiert worden? Ach du Scheiße, das war jetzt hier nicht. Halt doch gleich eine Einheit von mir selbst kaputt. Ist das so? Ja, ja. Ist das nicht so klar, was es dabei gegeben hat? Nein! 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 Boah, super! Oh, fuck, ey! Basis wird angegriffen. Boah, super, freut mich. Okay. Okay. Attacke! Weg, 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 weg! Ne! Oh, du kleiner. Okay. Ich glaube, das Ding, es könnte auch schon wieder eventuell... Ach, mein, ey. Oh, weißt du, wie viel Konzentration? Ich sage auch kein Wort. Das ist das Ding. Das ist die ganze Konzentration, die hat einfach flöten. Absolut. Also, die geht nicht flöten, die ist hier drin, quasi, ne? Aber... Wo sind denn die ganzen... Okay, jetzt müssen wir mal... Okay, alle jetzt hier hin. Und du jetzt wieder da hin, du jetzt wieder da hin. Oh, Mann, ey. Na, das war es doch eigentlich schon wieder. Ist das so? Ja. Wenn ich jetzt hier hochkomme, passiert nicht viel, sagst du, ja? Ne, überhaupt nichts. Was? Wie soll ich denn... Feuer! Nein, 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 nein. Anfänger war jetzt nicht klar, was wir bei dir gemacht haben. Angriff, 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 Angriff. Oh, nein. Oh, nein. Schieß. Schieß nochmal. Du kannst nicht. Du schaffst nicht. Noch einen Schuss. Jawoll. Nein, das ist blöd. Das ist blöd. Blöd, blöd, blöd. Mineralienfeld erschöpft. Alter. Tja, aber ich würde trotzdem sagen, wie gesagt, äh... Das war's. Was würdest du sagen? Schönes Spiel? Absolut. Macht auch richtig, richtig, richtig... Kaputt im Kopf. Ja. Es macht einfach kaputt im Kopf. Er zieht dich einfach in seinen Bann, hat dich und... Nimmt dich Volley. Volley? Volley und ab in die Schnauze. Kann ich nicht mitnehmen. Wieso nicht? Ist ja doof. Probieren wir gleich ein Spiel nochmal. Nein, nein. Was ist denn los? Was? Nein, nein, nein. Boah, deine Scheiß-Trupps hier. Deine Spähtrupps. Rennt. Rennt, du neuer Leben. Oder fahrt. Fahrt ist besser. Fahrt hinein und macht hier... Und macht hier Stunk. Hier hinten bitte Stunk machen. Ach, da bis dahin kommen die ja nicht. Wo ist denn... Achso. Oh. Bei mir ist Wispin alle. Sehr gut. Das ist blöd. Ich muss mich... Ich muss mich erweitern. Das hat ich verjessen die ganze Zeit. Ja, dann mach das doch mal. Ah, Entschuldigung. Ja, okay. Dann greife ich jetzt ne Weile nicht an. Macht hier keine Sorgen. Kann dir nichts passieren. Ihr sagt... Ich greife jetzt eine Weile nicht an. Du greifst es also an. Ich will so... Wie oft ich das jetzt wiederhole. Da bist du Bescheid. Ich greife wirklich nicht an. Du greifst jetzt nicht an, oder was? Nee. Alter. Was? Alter. Nein. Unterbrochen. Angriff unterbrochen. Jawohl, 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 jawohl. Jawohl, da waren deine Einheiten drin. Ja. Nein. Ja. Alles weg. Ja. Es ist alles weg. Ja. Ja. Ich habe nichts mehr. Mhm. Und jetzt kommt die Armee. Ich habe nichts mehr, sagte er. Nichts. Überhaupt gar nichts. Oh nein, was hat er alles? Nee, kaputt hier nicht mehr. Mhm. Nur eine Einheit, die hier rumsteht. Gucke. Die greift dich jetzt an. Stirb. Nein, nicht alle auf einmal. Lass die, lass die schießen. Ah ja. Ah ja. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Lass die doch schießen. Mensch. Ach, scheiße. Ich muss hier. Ich muss hier mal ganz dringend. Ähm. Er sagt, ähm. Ich stecke in Schwierigkeiten. Hier steckt hier alle in Schwierigkeiten, so wie das aussieht. Okay. Man kann sich daraus noch retten, sehe ich. Man kann, man könnte eventuell. Ja, doch, doch. Also man kann tatsächlich. Oh. Oh. Oh, shit. Ähm. Ja. Angriff. Weg, weg, weg. Na, wer ist stärker? Oh. Okay. Ja, ja, wir sind stärker. Wir sind gut. Oh, shit. Shit. Das war jetzt ein bisschen doof. Nein. Falsch. 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 Oh, Fischi. Was? Ich muss Fion bauen? Ja. Was? Was? Du hast nicht mehr. Das ist am Ende. Die Geschichte ist am Ende bei dir. Ich merke das schon. Das macht keinen Sinn. Ich hatte jetzt eigentlich so einen Plan B, aber der funktioniert ja nicht. Gebe auf. Du musst sofort aufgeben. Soll ich jetzt? Ja. Das hat überhaupt keinen Zweck, hier irgendwie irgendwas noch zu machen. Okay. Okay. Ja? Okay? Okay. Haben wir uns verstanden. Okay. Also ich mach ab jetzt. Wir sprechen jetzt die gleiche Sprache, ja? Nichts mehr. Oh, shit. Oh, wie schön sie auch hinterherballern noch. Okay, ich brauch einen neuen Plan. Das ist wahr. Das ist wirklich wahr. Weil mein Plan funktioniert nicht bei dir. Was? Nein. Meine Einheit. Das war meine letzte Einheit, Mann. Jetzt geht der Quatsch schon wieder los. War wirklich. Ich hab nichts mehr. Ich hab auch nichts mehr. Du hast alles weggerotzt. Entschuldigung, dieses Wort, aber... Das ist einfach wahr. Ich hab auch keine... Wie heißen die Dinger? Die Dispos. Keine Nerven mehr. Dispos hier. Nichts. Nix. Scheiße. Scheiße. Ich hab überhaupt keine Einheiten. Das ist total ausgebrande. Als wenn... Oh, das macht ja auch keinen Sinn. Ey, ich glaub, das kippt gleich auf. Oh mein Gott. Jetzt kommt gleich die Mörder-Riesen-Offensive, ey. Ich hab keinen Bock darauf. Oh, shit. Ich seh auch überhaupt keinen Zweck mehr, keinen Sinn in der ganzen Sache. Kannst du mal aufhören? Als wenn ich jetzt denken würde... Nein. Ja, stimmt. Der hat wohl nichts mehr. Du fühlst dich schon überlegen. Ich merke es. Ich hab noch einen Plan C, aber... Der wird so nix, wenn das hier so weitergeht. Oh Gott. Wer spricht? Ich. Nee, das war jemand anderes hier. Ach so. Der hat mir irgendwas erzählt. Ich wusste nicht genau, was er meint. So was wie, ich benötige weitere Depots oder was hat er gesagt? So, alle da hin. Das tut mir jetzt wirklich leid. Hast du gerade gerülpt? Nee, 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 nee. Das war, ähm... Hast du gerade gerülpt? Ein kurzer Moment, der... Ein kurzer. Der stille. Ein kurzer. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was machst du da? Alter. Nee. Nee. Shit. Shit. Oh, Fischi. Alter, meine Anspannung. Meine Anspannung. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, ja, gut zu wissen. Gut zu wissen, gut zu wissen, dass das hier gerade passiert. Deswegen ist hier auch nicht... Alter. Gott, ey, ich hab so Angst. Ich mein, nicht, dass ich das jetzt noch retten könnte. Meinst du nicht? Klar. Also, wenn du jetzt... Also, du könntest... Also, ich sag mal so. Du könntest. Du hast doch richtig viele Einheiten. Ja, ich hab... Ja, stimmt. Ich hab eigentlich total richtig viele Einheiten. Das sind alles nur Bauarbeiter, ne? Nein. Komm. Nein. Nein. Oh, God. Fischi. Fischkopf, Fischkopf. Wir verlieren die Spine. Nein. Ich habe es im Blut. Ja, stimmt. Ich greife dich an. Das stimmt. Deine Zeit ist um. Wo wollen sie denn hin? Nein. Ich lufe dir hinterher. Nein, die wollen irgendwo hin. Oh, shit. Oh. Okay, bedenke. Ist hier irgendwas? Oder wieso? Ich bedenke. Ich denke. Ich denke. Ich muss nur bedenken. Okay, das Ding ist vorbei. Oh, Jack. Jack, Jack. Ich dachte, da wäre was, aber da ist nichts. Oh. Wo wäre was? Nichts. Nichts. Ich. Ich hasse dich. Guck mal, wie sie sich hinstellen. Siehst du den? Oh, nein. Hallo? Seid ihr noch da? Spielt ihr mit? Nein. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Diese Dinger bringen dann gar nichts mehr. Oh, shit. Ich muss jetzt den Dinger loswerden. Ich muss jetzt. Nein. 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 Dieses Spiel macht mich total fertig. Oh, mein Gott. Wie du diesmal auf Luft gegangen bist und alles. Und, oh. Ja, erst links kommt er mit so einem kleinen Angriff, der noch rechts. Und, oh. Und wie du dann an der Basis so mittig, so linksig, da hätte ich das vorher gesehen. Ich hätte da eingereiten können. Ja, ja. Auf jeden Fall. Ich hätte zumindest mal was machen können, aber da hättest du mich trotzdem weggebashed. Oh, mein Gott. Wie steht es jetzt? Äh, 4 zu 3 für dich, sag ich jetzt mal. 4 zu 3? Mhm. Oh. Oh, es ist spät, ne? Es ist sehr spät. Es ist auf jeden Fall so spät, dass ich sage, heute? Ja. Aber ich fange noch nicht an zu weinen. Ja, Moment, 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 Moment. Nein, 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 nein. Du hast das Spiel nicht verstanden, Freundchen. Du hast das Spiel, glaube ich, nicht verstanden. Du kannst die Regeln nicht einfach drehen und wenden, wie du ja nicht hättest. Wir spielen in einer Session, bis einer weint. Nee. Wir, natürlich. Nee. Natürlich, sonst musst du doch nie weinen. Du, dann geh gleich auf Arbeit, kein Problem. Ja, gut. Ja. Hä? Ja, bitte. Willst du was sagen, Jack? Du hast... Es ist doch völlig klar, wenn man... Ich meine, gerade wenn man ein Spielstil, was auch noch gut sein könnte, dann könnten wir jetzt ja spielen bis 2018. 2018, lieber Jack, ich bin auch müde und würde jetzt vielleicht eventuell, hättest du es jetzt geschickt gemacht, hätte ich vielleicht gesagt, oh, oh, es ist schon so spät, aber... Wirklich? Ich hätte nicht gekriegt. Ich hab's nicht rausgehört. Ich hab's einfach nicht rausgehört. Ich hör so was immer. Nur in dem Moment nicht. Also, willst du uns was sagen? Ich guck mal so lange hier, bei der Leistung, bei der Punkteübersicht. Yes! Yes! Warte mal kurz, bevor du was sagst, kleinen Moment. Warte, 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 warte. Nein, was kommt jetzt? Die Gitarre ist verstimmt, aber es geht darum, dass der Jack jetzt weinen wird. Los, Jack. Ich weine. Jack weine jetzt und verliere schon wieder. Ich spiel. Oh, Jack, 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 Jack. Kannst schon mal deine Gitarre neu stimmen für nächstes Mal. Damit du mir wieder ein Lied singen kannst. Oder du kannst auch ein Gedicht schreiben. Jack, 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 Jack. Ich weine. Du weinst, ne? Ich weine. Geil. Ja, Leute, schon wieder gewonnen. Ha, 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 ha. Und nicht nur beim, äh, bis einer weint, sondern auch in der Gesamtwertung bei StarCraft 2. Sehe ich das richtig? Ne, aber siehst du nicht. Okay, lass uns das mal jetzt hier beenden. Das Ding ist, dieses Spiel macht ja unglaublich viel Laune. Ja. Vielleicht werden wir ja mal in Zukunft vielleicht, äh, hier und da noch eins starten. So eins mal so reinstreuen, ja? Vor allem, wenn ihr das sehen wollt, ja? Ja. Und Jack, äh, es ist, es gibt da quasi, naja, obwohl, na, ist egal. Ich wollte gerade sagen, man darf nicht anderweitig üben, aber das macht ja so viel Spaß. Vielleicht spiele ich das jetzt mehr, das Spiel. Okay. Weißt du, verstehst du? Mhm. Okay. Es wird wohl schwieriger. Es wird sehr schwierig. Gut, na dann, vielen Dank fürs Mitspielen. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Seid nicht traurig, dass der Jack schon wieder geweint hat. Das passiert halt, ich wusste das schon vorher. Und, äh, wir sehen uns dann bei der nächsten Runde. Bis einer weint. Ja, tschüss. Ich freue mich total. Schwierig. Yes.